Willkommen zurück! Tja, wir sind immer noch auf der Suche nach Clementine und irgendwas ist hier in diesem Schuppen. Los geht's! Oh oh! Gut! Wee! Was machst du da drin? Explorieren? Und schau! Schau was ich gefunden habe! Wow! Ich weiß, oder? Ich weiß nicht, wenn ich ihm daspate war... Wir sind, das ganze Einmitteln zu holen. Was ist denn das Beste? Ich weiß, oder? Nur einfach ein Fuss. Jetzt ist ein Fuss so. Ich habe das, was ich für ihn gemacht. Ich habe die Schmerzen, aber er hat eine wirkliche Infektion. Ich habe eine Fieber. Without Antibiotik, ich... Du hast es nicht geblieben, du hast alle nervös. Warum bist du hier sogar noch nicht? Hey, wenn dein Freund wirklich kann das Boot arbeiten, du hast mich mit dir als Payment, um zu retten zu retten. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Will? Will? Will du die Good News oder die Bad News? Let's get the Bad News out of the way first. Bad News is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now, hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all worked together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well-stocked with medical supplies, medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just got to push a little bit farther. Are you in or out? It is out. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? It's what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clint. Yeah, it's going to be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omi better and get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. Neither do I, Clint. But sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Uh, say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Can't I come with you? No, I'm sorry. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So we're going to have a capacity problem. A boat that size ain't going to hold more than five people. Even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're going to have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Let's go. Hold up just a sec. You understand why you have to stay behind, don't you? I guess. Plus you have a job to do. An important job. I need you to stay here and watch over the house. Watch over Omi. What should I do if something happens while you're gone? Oh, God. Ich gebe dir die Pistole. Ich meine, dafür haben wir ihr das Schießen auch beigebracht. Nur für den Fall der Fälle. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Du weißt, wie du es benutzt hast, nicht wahr? Es ist so, wie ich dir gezeigt habe. Ich weiss. Also, wenn jemand versucht, zu in das Haus, das nicht einer von uns zu kommen, oder wenn etwas zu Omi passiert, dann weiß ich, was zu tun. Wir holen dich rein. Let's get this over with. Das sollte es sein. Wir sind direkt unter dem Zentrum des Crawford. Die alte Schuhe sollte direkt über uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Remember das Plan. Wir bleiben quiet, wir bleiben hidden, und wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen, und wir kommen zur Hölle raus, bevor jemand überhaupt weiß, dass wir da sind. Entschuldigung? Ich kann nicht einen guten Blick über den Cover aufzunehmen. Lass uns gehen. Woher ist alle? Es sollten die Schuhe und die Schuhe sind. Was? Sind Sie entgegenwärtig? Es ist einfach nur verrückt. Ich glaube, dass ich einen sehe. Da drüben, bei der Tür. Okay, ich und Kenny versuchen, ihn zu spüren. Die restlichen warten auf unser Signal, dann folgen uns über. Jeder hat es? Okay, Kenny, lass uns das spüren. Keine Schuhe, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Na dann los. Ist hier noch irgend... Kann mich jetzt nicht weiter umsehen? What the fuck? Ups. Hallo, Doc. Hat's Crawford etwa auch erwischt? What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! Hat ja super geklappt, ihre Survival-Technik. Hat ja super geklappt. Fuck! Fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. Shit! What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No. This is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than our guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Just keep moving. Here. Looks okay. Everybody in. I am so sorry, I am happy. Don't go on. I get my hands on the other side. I am happy to be sitting here. I am happy to be doing that. I am happy in the atmosphere. Everything is the day. I am happy to be done. I am happy to be with you. And you are going to be here. You are buying the energy. You are doing good. I am happy to be asking you to get your hands to make it. Ich wollte genau dasselbe sagen. Sieht so aus, dass sie diese Runde als irgendeinem Kommandzentrum benutzen. Okay, also jetzt was? Wo müssen wir zu schauen? Hier. Gib mir nur kurz. Wo können wir ein bisschen Wasser für das Boot finden? Hier ist eine Erkrankungsschette von dem Spielplatz. Wenn es Wasser und Wasser gäbe, wäre das wahrscheinlich, wo es sein wird. Medikamente. Wo wäre es der beste Ort, um eine Medikamente zu suchen? Hier. Die Nürzungsstation. Sie haben es als Medikamente benutzt. Wie wissen Sie das? Es macht einfach Sinn, nicht wahr? Also wenn wir nur eine Batterie brauchen? Der Sato Shop. Es ist neben der Tür. Ja, es heißt Hermanns. Du kannst es nicht missen. Okay, ich mache den Weg nach der Mätennis-Shed für die Führung. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehen. Ich kann dich direkt nach der Tür. Ich komme, auch. Nein, zwei Leute ist genug. Du bleibst hier. Mal sehen, ob du irgendwelche Tools wir haben, um diese Armourie zu öffnen. Wir müssen uns rauskommen. Ich gehe für die Medikamente. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Ich schaue dir zurück. Okay, wir haben ein Plan. Alle, bitte, bitte. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Wir werden alle hier wieder treffen. Glückwunsch. Und warum bleibe ich da jetzt zurück? Und warum bleibe ich da jetzt zurück? Und warum bleibe ich da jetzt zurück? Ach, siehst du, man kann sich hier nochmal umgucken. Tja, na, was haben wir denn hier noch alles? Okay, Spielzeug, Spielzeug, Fernseher wird wahrscheinlich sowieso nicht gehen. Ich will noch mal kurz mit Ben reden, dass der Hiaki einen Fehler macht. Danke, ich habe es geschafft. Nur mal, ich möchte, dass ich etwas sinnvolles machen würde, du weißt? Das wäre eine schöne Abwechslung der Höhe. Wow, keine Chance, dass du mit mir so viel zu antworten möchtest. Danke für das Verteidigung. Na gut, ich lasse dich damit. Ich werde mit ihm weitergehen. Nein, warte. Es ist etwas, was du mit mir helfen kannst. Es ist etwas, das auf meiner Meinung war. Ich könnte deine Meinung benutzen. Was ist es? Es ist Kenny. Seitdem ich ihm auf dem Boot zu helfen habe, habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt. Er ist ein guter Mann, du weißt? Und es hat mich aufgemacht, zu wissen, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, dass ich ihm die Wahrheit erzähle. Ben, komm mal. Ist das wieder? Es ist meine Schuld, dass Doc und Katja getötet wurden. Wenn ich nicht auf dem Motorrad zurückgezogen hätte, wären sie noch immer wieder. Wie soll ich nur etwas wie das übernehmen? Ich muss ihm sagen. Ben, keine Ahnung, aber... Hast du deine verdammt? Kenny ist gar nicht aufgehört. Du sagst ihm, du bist zu schuldig? Ich will nicht mehr denken, was er tun könnte. Ich weiß, ich habe über das gedacht. Aber ich weiß nicht, wie lange ich ihn in den Augen schaue. Ich fühle mich, dass ich ihn lief, indem ich ihn nicht erzähle. Ich sage dir, Mann, das ist eine schlechte Idee. Real, echt schlechte Idee. Hey, vielleicht bist du okay, mit jemandem Blut auf deinen Händen zu laufen, aber das ist nicht, wer ich bin. Ich kann nicht nur pretend, dass es nie passiert. Wir brauchen Kenny. Wir brauchen ihn, um ihn zusammenzuhalten, damit wir rauskommen. Also, du musst das zu dir selbst behalten. Für die Gute von allen. Du hörst mich? Ich höre dich. Ich werde zurück zu diesem. gu. Ich werde zurück. trophy kann usitzen. Wir wollen dich. Sch distint firsthand? Untertitelung des ZDF, 2020